So, herzlich willkommen in Argos. Wir sind da. Schauen wir mal, wo unser Freund, der Kultist, sich versteckt. Das ist wieder so ein ewig bewachtes Dinges, oder ob wir den einfach so irgendwo zwischendurch mal ausschalten können. Auf offener Straße schaut's fast bis jetzt so aus. Auch schön in Argos. Tempel des Poseidon. Alles voller Tempel. Tja, der hat Wachen dabei. Das ist Hippokrates' Klinik. Ach, haben wir auch gleich mitgefunden. Gut, jetzt ist die Frage, wie kriege ich den ausgescheitert? Was sind alles wieder welche ohne Zeit? Spanische? Ne, nochmal nicht. Das können wir ja mit nachmachen nebenbei, wenn wir da irgendwas sehen. Nehme ich auf den Baum irgendwie hoch. Hm. Gerade nicht. Schade. Jetzt hätte ich gesagt, ich suche mir irgendwie ein Versteck und schieße mir dann mit dem Bogen einen Pfeil in den Kopf. Gut, dann gehe ich erst mal zum Hipp. Oh, gehen wir erst mal da hoch. Synchronisieren wir das mal. Vielleicht ist es bis dahin ein bisschen dunkler. Was ist denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Komme ich nicht ran, das sind zu viele Wachen. Willst du mir auf den Puffer gehen? Oh, mein Gott. jetzt kommen wir jetzt wieder Was? Was hat denn der für eine Mieze-Katze? Gut, kannst du vergessen. Ich war fast bei vier Köpfen Kopfgeld. Wenn du da in der Stadt einfach ein paar Blatt machst, dann bist du ganz schnell bei Kopfgeld. Au, 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 au. Na gut, dann haben wir mal noch ein paar Quests angenommen. Das sind alles jetzt welche ohne zeitlichen Aufwand. Wie kriegt man dich platt? Da ist Hippokrates. Ich mache erstmal noch ein bisschen was anderes, gerade so nebenbei. Ich warte mal noch, bis Nacht ist. Vielleicht latscht er dann nicht mehr hier mitten auf dem Marktplatz rum oder es sind vielleicht drei, vier Wachen weniger. Jetzt tagsüber auf einem vollbelebten Marktplatz ist es halt dann doch nicht so der ideale Ort, um jemand heimlich umzubringen. So, minimal. Synchro. Schön, schön, schön. Gut, wo war denn der Hippokrates? Ja. Gehen wir da mal auch noch mit hin. Es wird ja langsam nachts, so wie es ausschaut. Dann quatschen wir erstmal schnell mit Hippokrates. Das ist ja auch meine Quest oder meine Hauptstory, meine Familie zu finden. Da ich schon fast glaube, dass der auch wieder eher nichts weiß. Hörnchen. Harnchen. Pass auf, du bedeutungsloser Wurm! Sag mir, wo er ist oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Wenn Hippokrates meint, die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halfgott zu erheben. Nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Äh, die gehört zum Kult. Uiuiui, die ist aber ganz schön angepisst. Oh, allen Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und, ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Hm. Wo ist er denn? Ich muss Hippokrates treffen. Ist er wenigstens in der Argolis? Ja, aber er ist südöstlich von Heras Wache, um den Kranken und Verletzten zu helfen. Da muss ich für den bestimmt wieder irgendwelche Heilpflanzen erstmal suchen. Und hier arbeitet er? Das ist Hippokrates Klinik. Hier erforschen wir die Heilung, bieten Behandlungen an und kümmern uns um alle, die es wünschen. Warum arbeitet er nicht mit den Priestern im Heiligtum des Asklepios zusammen? Dafür ist die Region doch bekannt, oder? Die Priester geben ihr Bestes, aber ihre Methoden sind veraltet. Hippokrates sucht nach neuen Heilmitteln und Behandlungen. Alles klar. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Kommt ganz drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt aufgebrochen und vergass ihn. Na klar. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Ja, ich sorge dafür, dass alles ankommt. Ich danke dir sehr. Wie erkenne ich ihn, wenn ich vor ihm stehe? Folge der Straße südöstlich von Heras Wache zur Höhle des Pan. Er kann nicht weit davon entfernt sein. Such nach einer Schlange kranker Menschen. Er bekommt eine Glatze. Aber wenn ich du wäre, würde ich das nicht ansprechen. Bei der Höhle des Pan waren wir doch erst. Hätte ich gleich so markieren können. Aber ja, gut. Höhle des Pan. Immer die Nachbarn. Sprich mit dem Philosophen. Na komm. Den Punkt hätte ich gern. Das ist jetzt ganz praktisch, dass wir den Schnellreiseort da schon direkt vor der Haustür freigeschaltet haben. So. Da sind wir. Und da oben ist er. Nee, du hast eine zeitliche Quest. Ich habe nach dir gesucht. Wegen deiner Nachricht. Was ist passiert? Ich weiß, wer du bist. Und ich wollte dir danken, Adlerlegende. Wofür? Erinnerst du dich an das Orakel, mit dem du in Delphi gesprochen hast? Sie war meine Base. Du hast ihr geholfen, ihrem Irrtum zu begreifen, und sie ist vor dem Kult geflohen. Sie hat mir alles erzählt. Oh. Ich war nicht sicher, was aus ihr geworden ist, nachdem ich Delphi verlassen habe. Schön, dass es ihr gut geht. Mich ebenso. Aber der Kult des Kosmos sucht überall nach ihr. Ich brauche deine Hilfe. Und was hast du vor? Mein Nachbar hat sie erkannt und erpresst uns. Er sagt, wenn ich ihm nicht all meiner Spartes gebe, sackt er die Belohnung auf ihren Kopf ein. Wäre er jedoch fort, dann wäre alles gut. Du willst, dass ich ihm den Schädel spalte? Sein Blut muss vergossen werden. Gut, ich bin dabei. Ich wusste, du bist vernünftig. Chiere. Ähm. Machen wir doch gleich. Es liegt so auf dem Weg. Ich muss da hoch, und da unten ist er irgendwo. Ja. Naja, nicht ganz. Gehen wir doch erst zu Hypo-Kader-Hypo-Kader-Hypo-Kader. Ihr wisst zu wem. Hallöchen. Also, was wissen wir über die Krankheit dieses Mannes? Er leidet an übermäßigem Auswurf? Auf den ersten Blick stimmt das. Aber bedeutender ist, dass er an Vernachlässigung leidet. Wie das? Gutes Essen, warme Kleider. Ja, das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja, und ich bin beschäftigt. Es dauert nicht lange. Ich will dich nicht von deinen Patienten fernhalten. Und deinen Schülern. Beobachtung, Erfahrung und das Experimentieren sind essentiell für eine Behandlung. Das lernen meine Anhänger. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratus bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratus ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung dafür gebeten? Nein. Ich wusste, dass du und deine Patienten es brauchen. Das reicht mir völlig. Das ist bewundernswert. Wie war noch gleich der Name? Cassandra von Sparta. Sehr erfreut, Cassandra von Sparta. Wie kann ich dir helfen? Ich bin auf der Suche nach einer Frau aus Sparta. Wieso sollte ich sie kennen? Man sagte mir, dass du ihr vor langer Zeit geholfen hättest. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates. Ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier. Und die, die vor ihm kamen, und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich. Doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Schnell, diesem Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay. Sostratos hat gesagt, du wirst nicht gerne angesprochen auf deine... Du weißt schon. Meine was? Deine Haare. Ihre Abwesenheit. Ja, ja. Mach du nur Witze. Du läufst immerhin herum wie eine lebendig gewordene Statue von Phidias. Wo soll ich nach den Notizen suchen? Nicht weit von hier, in der Festung Tirins. Vielleicht geben sie sie dir, wenn du fragst. Oder sie bereiten sich auf ihren nächsten Kampf vor. Gegen mich. Wer bin ich, dass ich einer Söldnerin sagen könnte, was sie tun soll? Aber bitte, töte nicht grundlos. Es wurde schon genug Blut vergossen in diesem Krieg. Hat Krüsis deine Notizen genommen? Ach, du kennst die Priesterin. Nein, sie nicht. Aber der örtliche Befehlzauber des Militärs. Ich kann ihm seine Verzweiflung nicht verübeln. Diese Männer leiden an ernster Kampfmüdigkeit. Sie kam vermutlich vor langer Zeit mit einem verletzten Säugling hierher. Bist du sicher, dass sie zum Heiligtum des Asklepios gegangen wäre? Damals war ich ein junger Mann. Wenn ich Fälle hatte, die mich überforderten, schickte ich die Patienten zum Heiligtum. Und die Priester haben Aufzeichnungen über alle Patienten? Ja, in Stein gemeißelt. Der älteste Priester erinnert sich vielleicht. Okay. Was ist eigentlich so interessant an diesen Notizen? Es sind meine Aufzeichnungen über die Krankheiten des Geistes. Auch über die sogenannte heilige Krankheit. Daran leidet dieser Patient. Er verliert die Kontrolle über Gliedmaßen und Rachen. Schaum steht vor seinem Mund. Ich fürchte, er wird bald nicht mehr atmen können. Wo soll ich nach den Notizen suchen? Oh, wer bin ich? Ich werde mein Bestes geben. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Na klar, machen wir das. Erstens niemand schaden. Mehrere Quests auch schon wieder. Juhu. Jetzt holen wir mal schnell noch den da unten. Und nehmen ihn. Sein Leben. Wenn der das Orakel... Boah, das passiert nichts mehr. Das ist ja echt genial. Das Orakel von Delphi erpresst. Nun zur Bezahlung. So. Dann hätten wir das auch. Der nächste bitte. Wörtlicher Teil. Der Priester beschaffe das Heiligtum. Notizen. Er ist Arzt in Alkoholis. Erfestung Tülenis. Also muss ich mich wahrscheinlich auch wieder durchkämpfen. Wo ist denn das? In Stein gemeißelt. Genug ist genug. Ein Herz für eine Hand. Alles wieder voller Quests. Gut, dann reiße ich aber mal schnell noch hierher. Gebe meine Quest ab für das Orakel von Delphi. Und dann gehe ich rüber und schauen, ob ich jetzt den Hansdampf da ausschalten kann. Von der Sekte. Von dem Kult des Kosmos. So. Da sind wir schon mal. Das ist dann mit der Sandro ist wieder so eine zeitliche Quest, glaube ich. Boah. Wer bist du denn? Agnes, der Blitz. Da gibt es goldene Schuhe. Gut, ich glaube, dich hole ich mir. Du bist es. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Das hast du wirklich gut gemacht. Bitte, nimm dies als Dank. Äh. Hm. Kannst du was? Ich habe eine gute Mannschaft. Doch uns fehlt jemand mit deinen Talenten. Komm zu uns an Bord. Was sagst du? Du weißt, ich habe hier viele große Dinge gesehen und bedacht. Aber es gibt noch so viel mehr in der griechischen Welt. Ich bin dabei. Gut. Melanipos. Schauen wir mal, wie wir da oben diesen Silkener loswerden. Was hast du denn dabei? Eine Katze. Die Katze muss erst mal weg. Ich bin dabei. Die Katze haben wir schon mal. Jetzt schauen wir mal, dass wir Agnes auch gar erwischen. Da oben ist niemand. Schon lang nicht mehr. So, wo gehst du hin? Uah. Dann komm her. Au, wie schnell. Und die ist verstandsstark. Aua. Gut, Agnes. Du bist mir gerade ein bisschen zu stark. Muss ich sie vielleicht erstmal doch noch ein bisschen auf dem falschereren Fuß erwischen? Jetzt hätte ich die Quest jetzt schon als abgegeben und erledigt. Ja. Gut, dann reiße ich jetzt schnell hier hin. Dann legen wir uns halt noch nicht mit Agnes an. Muss man noch ein bisschen trainieren. Ein bisschen besser werden. Schauen wir mal, dass wir den Kultisten da gerade erwischen. Schauen wir mal, ob in der Nacht der Marktplatz dann vielleicht nicht ganz so belebt ist wie tagsüber. Also, was ich nicht wieder fünf Köpfe Kopfgeld mir irgendwie produzieren kann. Aber blöd, dass der auch nachts auf dem Marktplatz ist. Hat ja kein Zuhause. Wird er nicht irgendwann mal irgendwie schlafen? Nopala. Da stehen alle ziemlich blöd darum. Wenn ich hier ins Gebüsch gehe. Nee. Bleibst du jetzt vielleicht hier rüber? Jetzt geht er nach drinnen, kann das sein? Ich bin ja schon weg. Der steht halt auch extrem blöd. Aber richtig blöd steht er. Das ist ein guter Bodyguard, muss ich sagen. Da treffe ich ihn ja nicht. Hm. Keine Chance. Kein freies Schussfeld. Jetzt bewegen sie sich wieder. Wie habt ihr mich jetzt gesehen? Wie? Los geht's. Los geht's. Jetzt kommt ihr hier mit rein, oder? Ich muss erst mal diesen Kultisten noch bestätigen. Goldner Schnitt. Was auch immer ich da jetzt geklaut hab. Was auch immer ich da jetzt? Ja. 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 Dann legst du dich mal dazu. Kultist besiegt. Kultist besiegt Midas. Giftige Stiefel. Gut, dann kann ich gleich mal wieder alles durchsuchen. Meine Ausrüstung mal durch verbessern. Ich schau mal, ob sich da auch wieder was Neues findet. Da ist wieder ein Söldner. Wer ist das? Agnes. Agnes. Warte ich jetzt mal ohne Mieze Katze. Aber hier würde ich auch keine Schlacht oder keinen Kampf anfangen auf dem Marktplatz. Doch mit Katze. Na gut. Ich mach erstmal Schluss an der Stelle. Ich warte bis Agnes hier vorbeigezogen ist. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Wenn's gefallen hat, denk wie man's Däumchen. Und bis dahin. Macht's gut. Okay.